Es ist wieder mal der Freitag der Freitage, nämlich der erste Freitag im Monat und das ist traditionell der mit den US-Arbeitsmarktdaten. Die sind inzwischen natürlich längst raus. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr auf den Markt geguckt habt. Da gab es ja wieder ein bisschen Bewegung um diese Uhrzeit, aber lasst uns mal erstmal auf die Zahlen ganz kurz gucken. Ich will sie nur kurz kommentieren. Ich bin der Chart-Techniker, ich gebe es ganz ehrlich zu. Trotz alledem mal drüber gucken. Die Non-Farm-Payrolls, die neuen Beschäftigten ohne die Landwirtschaft, die sind gestiegen um 850.000. Erwartet wurden nur 700.000 neue nach 583.000. Also insofern mehr Beschäftigte. Das klingt doch erstmal gut. Witzigerweise gibt es auch mehr Arbeitslosen. Also die Arbeitslosenquote ist offensichtlich gestiegen, aber trotz alledem diese Zahl ist eigentlich die, die sehr, sehr im Fokus jetzt stand. Und in meiner Aussicht hier oder nach meiner Meinung nach viel zu wenig respektiert. Aktuell sind diese Zahlen hier, nämlich die Average Hourly Earnings. Das sind die Stundenlöhne, die durchschnittlichen. Die Frage ist nämlich die, muss ein Arbeitgeber, um seine freien Arbeitsplätze zu oder Arbeitsstellen zu besetzen, mehr ausgeben? Also sprich höhere Löhne bezahlen, das wäre sicherlich inflationsfördernd. Also einerseits, weil die Leute natürlich mehr Geld haben, ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, weil man dann sagt, die Produkte kosten alle mehr. Den Preis muss ich weitergeben. Das ist nicht ganz so schlimm ausgefallen, wie man es erwartet hat. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, weil man dann sagt, ja okay, Inflation vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht ja doch die Welt noch zu retten. Und die FED muss nicht so tief eingreifen in das Stichwort Übergangsweise. Diese Inflation ein Thema, über das man ja trefflich streiten kann. Aber trotz alledem, das waren die Zahlen jetzt zumindest mal, die heute Nachmittag sicherlich die meisten am meisten in den Bann gezogen haben. Und jetzt gucken wir mal kurz, was der Markt daraus gemacht hat. Wir sehen es hier, wir haben um 14.30 Uhr eine deutliche Aufwärtsbewegung beim Dow Jones Future. YM hier Dow Jones Future, der Septemberkontrakt. Aber das Ganze auch schnell wieder kaputt gegangen. Aber naja, gut, es ist insgesamt nicht großartig, was passiert. Es ist ja die Bewegung, die allgemein durchaus typisch zu erwarten war, wenn das hier diese AWC nach oben durchbricht. Wir sind aber immer noch in einem Umfeld, wo man sagt, na, wie weit willst du noch, wie weit kannst du noch? Also hier oben ist ein zugegeben nicht wirklich deutliches Cluster. Hier oben wäre ein sicherlich sehr auffälliges, wo viele Marken sehr eng beieinander liegen. Also das wäre ungefähr im Bereich 34.900 bis 35.000. Das ist viel, viel enger. Hier haben wir, naja, auch immerhin ein bisschen was an Linien liegen. Ob das jetzt die Krönung sozusagen schon ist, einer Widerstandszone, das ist mal dahingestellt. Aber immerhin liegt hier ein bisschen was. Und dürfte den einen oder anderen zumindest mal die Frage stellen, jetzt haben wir nur Feiertag, langes Wochenende. Ist es sinnvoll, da jetzt die Position zu halten? Also das werden wir jetzt sehen. Das ist vielleicht übrigens auch ein ganz gutes Zeichen zu überlegen, wie mutig sind sie denn, die Marktteilnehmer? Ein Tag länger Wochenende. Man ist sowieso abgelenkt mit anderen Sachen. Die Märkte sind zu, zumindest mal die Wall Street am Montag. Das gilt natürlich nicht weltweit, aber machen wir uns nichts vor. Wenn die Wall Street zu hat, dann sagen viele Händler international, na, da wenn ich eh mal einen Tag frei haben wollte, nehme ich den, da ist eh nicht so viel los. Also wir müssen damit rechnen, dass Montag insgesamt wenig los ist und natürlich hier an der Stelle sowieso nicht wirklich ein neuer Impuls kommt. Das kann also sein, dass einige Marktteilnehmer heute Abend noch im Laufe des Nachmittags abends auf die Idee kommen und sagen, komm, nehmen wir mal jetzt erstmal wieder Gewinne mit. Wir sind ganz dankbar für das, was hier gekommen ist. Noch lässt sich das nicht wirklich absehen. Das ist nur jetzt eine Idee einfach mal in Anbetracht dieses möglichen Widerstandsbereiches, den wir hier haben. Und das Stichwort ist tatsächlich der mögliche Widerstandsbereich. Das ist meiner Sicht ganz wichtig, hier in diesem Umfeld zu beobachten. Naja, wenn die Marktteilnehmer das nicht nutzen, dass da ja ein Widerstand ist, das eigentlich eine Chance für den Bestand ist, sondern sagen, ihr könnt uns alle mal, ich kaufe tapfer weiter, dann ist das ein sehr, sehr gutes, ein sehr bullisches Zeichen, zumindest mal vorläufig. Also Widerstände bitte niemals als ein absolutes, da muss der Kurs drehen, da liegt eine Linie, sondern immer als ein Angebot auffassen und dann zu gucken, nehmen es die Marktteilnehmer wahr oder nehmen sie es nicht wahr. Also das ist sicherlich eine Idee, die man da im Hinterkopf haben kann im Umfeld dieser Marke. Bei S&P 500, da habe ich jetzt keine so eine Marke dort liegen. Das könnte man theoretisch auch nochmal gucken. Eine jetzt mal so auf die Schnelle wäre eine Extension. Das ist ja meistens nach oben hin immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, aber wie weit läuft der denn da? Naja gut, man guckt halt einfach, wie weit war dieser Rücksetzer zum Beispiel und dann hat man die Erweiterungsmarken, die Extensions. Da sind wir schon durch, brauchen wir nicht mehr. Die Marke wäre noch da. Wir könnten das Ganze, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, guckt mal, machen wir das hier mal live zusammen. Von hier nach da. Und dann sehen wir, okay, auch da sind wir schon durch. So eine richtig einheitliche Marke haben wir nicht. Wir haben eher hier so eine Zone und da seht ihr schon, wo eben die Krux dann immer ist. Wenn es nicht so einheitlich so ein ganz klares Niveau ist, dann ist die Aussagekraft einer einzelnen Linie natürlich längst nicht so wichtig, wie wenn da jetzt ganz viele Linien beieinander sind. Machen wir nochmal so ein bisschen Symmetrie. Also ihr seht, wenn wir diese Länge hier hinten nach oben nochmal haben, das sind alles nur Hilfsansätze. Also diese eine Länge macht jetzt, ist nicht, wie ich häufig sage, kriegsentscheidend, dass genau so lang muss die auch sein. Das sind Orientierungshilfen. Viele Menschen gucken auf Orientierungshilfen und je mehr Leute an bestimmten Orientierungshilfen, ich mache mal die Unterseiten hier weg, die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr, je mehr Menschen auf diese Orientierungshilfen dort gucken, ja, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier gezögert wird. Und wenn Zögerung auf ein schwaches Marktumfeld stößt, dann gibt es eben den Dreh. Aber wenn die Marktteilnehmer hier kaufen, dann ist das ein starkes, ein sehr gutes Zeichen. Also die erste amerikanischen Indizes nach wie vor auf dem bullischen Pfade unterwegs. Da ist überhaupt nichts zu erkennen, auch selbst hier beim Nasdaq, ebenfalls hier in Future gemessen, deutliche Aufwärtsbewegung nochmal. Und wir sehen das hier hinten im ganz kurzfristigen Chart, die Abwärtsbewegung hier auch noch nicht so wirklich schwach, sondern fast schon eher wieder korrektiv das Ganze, was wir hier haben. Aber vorsichtig, das hier ist im Zehntick-Chart. Das sollte man eher ein bisschen rauszoomen. Aber ihr seht schon, dass hier die letzten Tage einfach immer noch starke Aufwärtsbewegungen waren und da eben noch nicht wirklich ein Druck nach unten entstanden ist, in keiner Form. Also lassen wir uns mal überraschen. Es sieht noch nach Aufwärts aus, aber denkt immer dran, das lange Wochenende mag als eine Bestätigung oder eben als eine Falsifizierung einer Drehbewegung jetzt kommen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch, falls wir uns vorher nicht mehr im Austausch haben. Ansonsten sehen wir uns vielleicht nochmal in den Märkten gleich oder über den einen oder anderen Beitrag.